Heute holen wir unseren Weihnachtsbaum ab und wir verfolgen mal, wie er gefällt wird und wie er abtransportiert wird. Unser Weihnachtsbaum 2022. Das ist also unser heutiger Weihnachtsbaum 2022 und der ist also 17 Meter hoch und ist also hier, ist also ein richtiger Schweinfutterbaum und ist in der Gertrud-Herzstraße gewachsen. Jetzt wird er gerade fertig gemacht zum Abdrangsbad. Man sieht also schon, Firma Markewitsch ist auch schon da. So, eine größere Aktion hier. Da ist ein ganz schöner Aufwand, um diesen Weihnachtsbaum zu bergen und auf dem Marktplatz zu transportieren. Also ca. 40, 45 Jahre ist unser Weihnachtsbaum gewachsen hier an dem Ort. Und jetzt darf er ein Weihnachtsbaum sein. Man sieht ihn gar nicht, aber da oben sitzt also jemand im Baum. Und was er gegen Licht haben, sieht man es also gar nicht. Jetzt wird er angeleint, angekettet an den Grauen von Markewitsch. Das ist gar nicht so einfach, gell. So, jetzt kriegt er also Funkanweisungen. So, jetzt wird es gleich losgehen mit dem Absägen, also so letzte Minuten sind angebrochen hier im Garten. Also ihr seht auch, was das für ein Riesenaufwand ist, so einen Baum aus dem Garten rauszuhieven, wenn der mal so groß gewachsen ist wie der. Das geht auch sehr, sehr schnell, hätte ich jetzt nicht gedacht. Unten wird also gesiegert. So, gleich, gleich, gleich wieder am Seil hängen. Also die Sega hat schon eine ganz schöne Leistung. Jetzt hat er sich ein wenig verglemmt. Oh, er ist frei, er schwebt. Er fängt schon an zu wackeln, hängt aber oben am Seil von Markewitsch. Oh, oh, oh. So, oh, 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 oh. So, oh, 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 oh. Also gleich wieder am Seil hängt. So, oh, 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 oh. So, oh, 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 oh. So wie es aussieht, wird es versucht, der Kran gerade etwas anzuheben. Sonst sind wir immer dabei, wenn die Kirchwaldbäume aufgestellt werden. Heute sind wir mal dabei, wie der Weihnachtsbaum gefällt wird. Vier Tonnen? Vier Tonnen wiegt er also. So, ganz schönes Gewicht. Was passiert jetzt? Alles ist ja durch. Jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch, ja. Jetzt ist er durch. Wo? Frei. Also jetzt ist er frei. Jetzt ist er doch noch nicht ganz frei. So. 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 Jetzt sind ein paar Keile rein getrieben. So. 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 Der Baum bestätigt noch mal 4 Tonnen Weg. So, jetzt muss er noch verladen werden. Ich denke, das Verladen wird jetzt auch noch mal ein ganz schöner Akt werden, bis der auf den Anhänger da drauf ist. Und dann fahre ich mal runter zum Marktplatz und werden mal schauen, wie er unten am Marktplatz dann ankommt. Die Polizei ist schon da, die wird wahrscheinlich den Transport begleiten durch die Stadt. So, jetzt werden also die Äste, die nicht gebraucht werden auf dem Markt und die einfach nur stören beim Transport. Jetzt werden abgesehen. Viele Anwohner sind an den Fenstern, schauen natürlich zu und wollen natürlich diese Aktion nicht verpassen. So, jetzt sind alle auf dem Anhänger gelegt. So, jetzt geht's da schon. Das ist also gar nicht so einfach, den Baum da umzulegen. Jetzt wird er mit dem Bagger hinten angehoben. Und der Kran lässt vorne ab. Jetzt kommen die Tannenzapfen runter. Es regnet die Tannenzapfen. Also geht besser, wie ich gedacht hab. Aber es ist halt Provis am Bike, das sieht man so schön. Also der Baum ist jetzt also verladen, ist also drauf. Es muss wahrscheinlich noch gesickert werden. Und es ist also immer ein Riesenauf. Und da habe ich gerade gehört, diesen Baum ab bis nun zum Markt zu schaffen. Und da müssen teilweise vor Jahren, also letztes Jahr und so, mussten sogar Lampen verdreht werden, damit er durchgepasst hat. Und ja, der wird also jetzt von der Polizei dann gesickert, der Tannenzapfen. Und dann soll noch zwei Stunden dauern, bis der unten am Markt besteht. Also wie ihr gerade gehört habt, der ist also nicht ganz so schön, der Baum. Letztes Jahr, der war buschiger und zwei Meter höher. Aber wir schauen mal, wie der aussieht, wenn er auf dem Marktplatz dann steht. Jetzt hätte ich fast gesagt Blauen. Auf dem Marktplatz natürlich. Da kommen halt immer die Koksummelwurzeln durch, gell. So, also da steht er jetzt im Abdanksbad. Jetzt wird er wie gesagt noch gesichert. Und dann geht es los Richtung Marktplatz. So, jetzt sind wir also auf dem Marktplatz. Und da soll also der Baum gleich gestellt werden. Die Weihnachtsbeleuchtung wird auch schon montiert. Da kann es ja losgehen. Da ist also alles schon hergerichtet, damit der Baum nachher problemlos abgestellt werden kann. So, jetzt stehe ich also hier am Obertor und warte drauf, dass der Weihnachtsbaum jetzt übers Obertor, über die obere Straße dann runter zum Marktplatz gebracht wird. Also hier aus dieser Richtung soll er kommen. So, also der Kranwagen vom Markewitsch kommt also schon angefahren. Da kann so nichts mehr so lange dauern, bis also der Weihnachtsbaum kommt. Also irgendwie kann ich mir nicht helfen. Ich stehe jetzt schon eine Zeit lang hier und warte auf dem Weihnachtsbaum. Aber irgendwie riecht es hier nach gebrauten Zwiebeln. Da kriegt man ja richtig Hunger. Ob das da aus irgendeiner Gaststätte rauskommt? Es riecht gut, es riecht gut. Also ich habe direkt schon Hunger nach Zwiebeln. Also es scheint sich was zu tun. Da vorne, die Röhnstraße, die Kreuzung Röhnstraße, wird also von drei Polizeiautos gesperrt. Also anscheinend kommt der Weihnachtsbaum gleich. Jetzt sind wir doch mal gespannt, wie das aussieht. Es ist schon ein Wahnsinn, was da für ein Aufwand betrieben werden muss, um diesen Weihnachtsbaum auf unserem Marktplatz zu bekommen. Also danke an die Polizei, danke an alle, die daran beteiligt sind. Also ist schon eine schöne Sache. Ja und ich sehe ihn also schon kommenden Weihnachtsbaum ganz 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 hinten. Man kann es gar nicht so richtig erkennen, weil es noch ganz schön weit weg ist. Aber da kommt er jetzt angefahren. Es wird also jetzt die ganze Straße gesperrt, damit der Weihnachtsbaum durchkommt. Das ist ja gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Das ist ja gar nicht so gut. Es ist schon ganz gross. Ich glaube nur die blaulicht und das war und es war gar nicht so gut. Also wir haben jetzt 10 Uhr und der Baum kommt also schon raufgefahren. Die ganze Oberkreuzung ist gesperrt von der Polizei. damit der Baum da rumkommt, weil er hat natürlich schon ein Ausmaß mit 17 Meter und 4 Tonnen und ja. So jetzt kommt er also rein gefahren vom Opa der kommend, man sieht ihn schon. Ja, er kommt also nur Schritt, Tempoweise voran, muss immer aufgepasst werden, dass er nicht mit den Ästen irgendwelche Back-A-Bees verkratzt. Alle Jahre wieder. So, und ist also der Kran schon aufgebaut. Da fliegen die Äste da oben, also am Baum hängen geblieben. Der Baum ist am Baum hängen geblieben. So ist es ein bisschen so? Ja, wir kriegen noch drauf, dass wir das auch machen. So ist es ein bisschen so? Ja, wir kriegen noch drauf, dass wir das auch machen. Das sieht schon wuchtig aus, wie der aus der Gasse rauskommt, aus der oberen Straße. Das ist schon ein Bild. Das hat also sein Zielort erreicht, den Mikeplatz hier in Schweinfurt, der Weihnachtsbaum 2022. 22. Herzlich Willkommen. Das sieht ja recht verzaust aus, wenn der so liegt. Irgendwie hat er im Garten schon ausgeschaut. Ja, mal gespannt, wie er aussieht, wenn er wieder steht. So, jetzt wird er aufgestellt. Der Grauen hebt da, der Markewitsch. So, schauen wir mal, wie er aussieht, wenn er aufgestellt wird, weil er jetzt woher gefahren worden ist. Der Baum hat ja recht verzuschelt ausgeschaut. Da denken wir wieder einige Schweinfurtter sagen, naja, so einen schlechten Baum haben wir noch nie gehabt. Das sagen sie auch jedes Jahr. Und früher in meiner Kindheit war er schöner, aber ich denke, so schlecht ist er gar nicht. Also im Garten hat er zumindest wunderschön ausgeschaut. Und jetzt, wenn man so sieht, wie er angehoben wird und die Äste fallen wieder runter, also in dem normalen Zustand sieht er schon besser aus, wie auf dem Anhänger. Klar. Und kritische Stimme gibt es halt immer. Meckere, gell. Zumindest ist er schweifert der Gewächs. So, jetzt muss er noch ein paar Meter nach links in die vorgesehene Öffnung des Bodens. Oh, war das wieder schön ausgedrückt. Also mit dem Markiewicz werden natürlich einige Kirchhorn-Barmer auch schneller aufgestellt, muss ich feststellen. Aber natürlich nicht so schön, gell. Bei der Kirchweih ist das halt eine ganz andere Sache. Viel feierlicher noch. So, jetzt wird er in der Standposition bewegt. Mensch, kann ich mich heute wieder schwer ausdrücken. Ich weiß nicht, wie tief er in den Boden reingeht, der Baum, der Stamm. Dann werden wir sehen, ob das Loch da in dem Baum noch... Jetzt wird er gedreht. Was ist, wenn die Seite nach vorne kommt. Jetzt wird er noch so lange gedreht, bis er passt. Bis die schönste Seite nach vorne. So, Chef hat gesagt, gut. Also... Also war wieder zu weit, gell. Vielleicht kommt unter der Aussparung da eine Grippe drunter oder was, dann fällt es auch nicht auf. Jetzt mal gucken, wie weit er in den Boden reingeht. So, als er steht, unser Baum, wird er noch befestigt. Und Markiewicz wird dann abrücken und am Montag wird er geschmückt. Für alle, die das interessiert. Und ich mache mich jetzt langsam auch vom Acker. Und ja, ich hoffe, der Film hat euch ein bisschen gefallen.